So, da müsste jetzt mein Lieblingsengländer kommen, der Philipp, theoretisch. Gut angekommen und, äh, wo geht's das eigentlich hin? Helge, wo geht's hin? Wir fahren jetzt genau, wo fahren wir da hin? Hey, das dürfen wir nicht sagen, wann kommt dein Video raus? Äh, mal gucken, ne? Morgen, übermorgen? Ja, da musst du das jetzt biegen, was du gerade gesagt hast, weil das darf ja erst Donnerstag draus machen. Ah, okay. Jetzt kommen wir erst Donnerstag. Was machen wir denn, eine Europatour oder was machen wir jetzt? Ähm, also wir machen erstmal eine Berlin-Tour und dann gucken wir, was so geht. Wann kommen denn eigentlich die anderen dann? Abends um neun. Abends um neun. Keine Ahnung, oder? Wir machen jetzt einen schönen Abend in Berlin. Alles klar. Das ist deine berühmte 4K-Kamera, die ich in deinem letzten Platz gesehen habe. Klar. Sehr cool. Bis später. Bis später. Ja, jetzt sind wir im berühmten Nightvision-Mode hier. Und ähm... 4K? 4K Nightvision. Und Helge hat mir jetzt, weil ich... Eine hochmoderne Jacke gegeben. Eine Jacke gegeben, die älter ist, wie ich selber bin. Über 20 Jahre alt. Über was, 25? Was kann sein, also weit über 20 auf jeden Fall. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Stockdunkel sein. Schon cool, ne? Ja, echt krass, ne? Wie gut das... Das sieht echt cool aus, ey. Ja. Ja, ich habe das in dem Vlog gesehen, das du mit Valentin gemacht hast. Kino, da war es auch stockdunkel. Mal ganz kurz drüber. Beste Jacke ever, Lina. Beste Jacke ever. Ich liebe Mädchen. Hochmodern. 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 Ja, wir können einen Beauty-Chandel. Und bloß an den Klamotten-Busen. Ja. Du könntest voll die Papertie machen, ne? Ja, genau. Da stoßen wir auf BB's Beauty-Shades. Ähm... Februar-Hall. Was wir hier gekauft haben. Hall of Fame. Moin! Hallo! Ah, wie ist der? Wo kommt ihr denn jetzt her? Ich dachte, das ist der Bus. Oh mein Gott. Helges Jacke. Der letzte Schrei. Du hast schon gesagt, du siehst ja mega süß aus. Wie so ein Wackelmännchen. Da hat sie gesagt, keine Kamera ist der Valentin. Ich habe auch eine Kamera dabei. Echt? Tatsächlich. Ja, ich habe sie nur hier. Aber dafür habe ich meinen Koffer beschliftet. Hey, cool. Wenn du verloren hast, open das Tier. Das ist so viel leichter. Das sah cool aus. Kannst du das aufmachen? Da ist die Adresse drin, wo wir jetzt was hingehen. Nicht schlecht. Ich glaube, ich bin schlecht. Das ist ja wie ein Easy Mix, nur im Fett. Ja. Ist der Fokus besser? Ja. Der Fokus ist gut. Ja. Und die Stabilisierung? Der Fokus ist falsch. Ja. Mit Selfie Stick. Ja. Mit Selfie Stick. Ja. Ja. Ops. Hier können wir übernehmen jetzt kalt. Ich habe ordentliche Upgrades. Du hast es durchgemacht. Ja. 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 Der Burner. Das ist bequem, ne? Ja. Also wenn du irgendwas bequem bist, dann deine Ergabe. Das stimmt. Nur für Son. Ja. Da schwitzt du sogar bei mir aus sonst wie gerade. Ja. Ist einfach so. Ich habe nur zwei Pullover. Mir ist Arschkeit. Ich habe auch nur zwei Pullover. Es ist so kalt hier. Ich auch nicht. Nicht kälter als in Leibnig, oder? Nein. Leibnig ist jetzt nur geregnet. Ich habe dir nur das. Hier ist kälter als in Leibnig. Ich will hier die Lines rausholen. Obligatorisches Selfie hier in der Pfarrschule. Du musst den Spiegel mit benutzen. Ja. Du musst den Spiegel mit benutzen. Stimmt. Du musst ja irgendwas machen, um mit deiner Jacke mithalten zu können. Ja. Ist so. Da kommt keiner ran. Wir müssen gucken, wo wir da genau hin müssen. Da ist dann 21.45 Uhr, wenn wir dort abfliegen. Dann wirklich mit Etat Airways, also so einer arabischen Linie. Ich hoffe, die haben geile arabische Süßigkeiten oder sowas. Da fliegen wir dann hier vier Stunden. 21.45 Uhr. 22.33 Uhr. 24. Wir fliegen fünf Stunden mit denen nochmal. Länger als ich dachte. 5 hours. Achso. Achso. Ne. Achso. 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 Und dann für das andere habe ich noch kein Check-in. Das habe ich einfach nicht. Ich mache mir nochmal so ein Schalter. Also hier, nochmal die genauen Zeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du es gesagt hast. Ich habe es gerade noch zufällig gesehen. Das heißt auch, dass ich jetzt Neubuch laden darf. Weil wenn es in zwei Tagen online geht, ist es in der Abo-Box an der Stelle, wo es wäre, wenn es jetzt online gegangen wäre. Das ist grauenvoll. Du darfst jetzt einen kompletten Neu-Upload machen, scheiße. Es war doch auf planmäßig, wieso ist es jetzt online gegangen? Es hat nicht gespeichert, war oben noch. Alles klar, aber danke für den Neu-Upload. Das ist doch albern, oder? Der Typ. Ich komme da nicht drauf klar, wie man sich so verhalten kann. So, wo schlafen wir jetzt? Also, ich will nämlich mal Handy, wenigstens und die Akkuladung vom Schlag mich tot, äh, nicht Handy. So, das ist auch so, wie es ist. Nur, Kamera anstecken. Ah ja, aber Valentin, perfekte Reaktion. Ich glaube, es hat niemand gesehen. Fokus auf die Wand. Du willst mich ficken. Wie willst du mich? Ah ja, wie willst du mich? So. Wie willst du mich? Wie willst du mich? Ich meine, du... Wir haben Spaß gemacht, um ein paar YouTube-Videos zu sehen. Die Crew ist zurück, re-United. Es ist gut zu sehen, Leute. Aber ich habe immer wieder etwas passiert. Erstens, heute. Ja, wir machen Daily Vlogs. Woohoo! Daily! Hey, was ist das? Ist das dein neuer Wurf? Hättest du schlimmer gemacht. Ne, das war so gemacht. Na ja, stimmt. Eiger Scheißdruck. Wieso kann ich deinen Wurf besser als du? I don't know. See you too. Alright, come on, let's go. Ich hab ihn vermisst. Ich bin so müde. Keine Ahnung, ich hab mich einfach da drüben und das linke Wett gelegt, wenns okay ist. Okay, wo steh ich zu, Philipp? Entweder daneben oder vorne. Ah, ich hör mich an. Ich hab ihn schäf ihn mit. Alright. So. Jetzt sind die drei Pappnasen zu ihrer großen Reisebegleit. Nur so kurz was schäf ich mit Philipp. Philipp Rock, Bro. So. 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 Das ist ein Eis! Aber das ist das Eis! Ohhhh Oh voll! Du hast laufen wie ich zum Flughafen. Tegel. Was ist das denn? Das ist eine Musik über die ganze Zeit, oder? Ich sauge über meine WB-5-Verbindung, da ist ein bisschen Datenbelumen Ja, in England Was? Revenant? Revenant, Revenant Mal sehen, guck mal Nur sauber Wichtig Ja, eigentlich ist es ein bisschen zu Cheese Haster Shirt Rechten Die Erde, also nicht Hier geht's Mr. M. Bell Hör 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 Hör